Halt der Ziege, drückt um das Navigationsrad aufzurufen, wähle Tagebuch. So. Ach, guck mal. Die langen Blätter eignen sich ideal für einen Verband. Einfacher Verband. Senkt maximale Konditionen, bekannter Behandlungsmethoden. Die beste Fettquelle sind Nüsse, die besten Kohlenhydratenquelle sind Früchte, Eiweißquellen sind Fleisch, immer sauberes oder abgekochtes Wassertrinken, andernfalls Drohparasitenbefall. Na, lecker. Ach, hier sehen wir sogar, welchen Schaden was Nimm verursacht. Hier das Craftingmenü. Ja, cool. Also, wir brauchen sechs kleine Stöcke und acht Steine. Können wir das hier reinpacken? Nee, es war ja klar, das funktioniert wieder nicht. Tick, 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 tick. Na? Na, was sucht die denn jetzt? Die hat doch die Tasche gewohnt, nicht ich. Aber ich bin mir da schuld, wenn die Alte was mitfindet. Okay. Das sieht schon cool aus. Ach, wir sehen hier, das Wasser ist sauber, dann trinken wir doch gleich mal was. Ach, und rechts sehen wir jetzt auch, wie viele Punkte wir dafür jetzt dazu bekommen haben. Jetzt sammeln wir mal Steine und Stöckchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Und es ist wie bei der Forrest, dass wenn ich das jetzt kaputt mache. Okay. Ach, und wir können hier scheinbar leveln oder so. Das finde ich cool, dass man aussuchen kann, was man sammeln möchte. Super, jetzt haben wir hier keinen Platz mehr. Kleiner Stock. Wir sammeln einfach alles mal auf. Ich glaube, das kann gar nicht schaden. So, ups. Gehen wir mal zurück. So, kleines Lagerfall. Werkzeug benutzen um Clout herzustellen. Well, looks like everything ready. Mia, can you bring me a lighter? Ähm, remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Ah, don't tell me. No, I love. Yeah, we have no fire. Ah, not a single lighter, nor box of matches. Äh, we, we ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ach, war ja klar, wenn man von vor allem in so Spielen mal was machen lässt. So, jetzt müssen wir Feuer auf die altmodische Art herstellen. Drücke N. Handbohrer. Ein Stock und ein kleiner Stock. So, crafting-Menü. Ein Stock und ein kleiner Stock. Herstell. Super. Hm, I need to find something dry. Etwas Trockenes. Haben wir doch aufgewogen. Kleiner Blätterhauf. Hier, Trockenes Blatt. Von... Was ist das denn? Ach, guck mal, eine Kokosnuss. Kann die kaputt machen? Sammeln. Ach, guck mal, jetzt haben wir das Fruchtfleisch von der Kokosnuss. Ich werde mal essen. Ach, das ist ja cool. Ich wollte aber eigentlich trockene Blätter. Aber hier war doch irgendwo... Hier, genau. Hier, das sind doch trockene Blätter, oder? So, zeig ich mal. Genau, Trockenes Blatt. Palmenblatt, 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 Trockenes Blatt. Sehr gut. So, dann gehen wir mal zurück machen für die Madame Lagerfeuer. Huch, wo bin ich denn hier umgelemmt? So. Äh, Werkzeug. Hier. Und da jetzt das Trockenen. Ach, wie cool. Das ist richtig cool gemacht. Sehr cool. Jetzt haben wir hier die Glute, und jetzt können wir das anzünden. Das ist cool gemacht. Hm? 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 Ich bin calm. Ich weiß nicht, wie ich es erklärt habe, aber... Strangend, es fühlt sich sicher hierher, als hierher. Oh, ich weiß nicht. Jaguars, Späne, Späne, und Snakes. Ich muss nicht vergessen, die Scorpions. Ein nur Ants-Bite ist wie hell. Ich bin gut sicher. Aber trotzdem, wir haben eine Chance, um etwas zu erreichen, um ein Unterschied zu machen. Um ein Unterschied zu machen. Zu Hause, alles, was wir tun haben, war zu helfen und warten. Ich mag die Wilder. Du wirst mir fehlen. Ich will dich missen. Und ich werde mich überrascht. Aber ich werde etwas Arbeit machen. auf, warte mal. Hm, warte mal, die, die jetzt alleine... Die, die jetzt alleine, oder was? Die, die alleine, zu den Einen? Wir haben bereits gewohnt, das ist der einzige Weg. Außerdem, sie sehen nicht, dass sie dich lieben. Sie sehen nicht, dass sie die Outsiders lieben. Sie sahen Arrows aus einem Militär-Kopper. Es ist schwer zu schulden. Seitdem du dein Buch hast, sie wurden unter Siege durch die Medien, Wissenschaftler, Doktor. Die Allianz World Health Alliance hat eine Krankenhaus-Kampfe und wahrscheinlich machte eine Forschung, verabschiedet die Tabüe. Aber ich werde sie überzeugen. Ich muss es. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum die Alte jetzt scheinbar in der Nacht alleine da hingegangen ist. Für was sind wir denn zur Hölle überhaupt dorthin gegangen oder mitgegangen, wenn die Alte sowieso alleine geht? Und warum die Eingeborenen uns scheiße finden, aber sie nicht, ist mir auch nicht so ganz begreiflich. Und warum wir da nicht mitgehen als Begleitschutz? Ich meine, sie hat ja gesagt, die Eingeborenen hätten schon irgendwie die Armee beschossen oder so. Also die mögen keine Fremden. Und es regnet draußen. Die Eingeborenen. Oh, das ist ein Müsli-Regen. Komm, bitte gehen. Hallo? Ich will den nehmen. Oh, lol. Guck, darf das mal an? Diese geile Bug. Cool, ich habe einen Klitsch gefunden. Finde ich gut. Okay. Dann haben wir hier eine Notiz. Die ist jetzt ernsthaft gegangen im Dunkeln. Unser Lagerfeuer ist keine Ahnung wohin gegangen. Okay. Dann lesen wir mal die Notiz. Ich bin im Dorf. Melde dich über Funk bei mir, wenn du aufwachst. PS. Ich habe dir ein kleines Geschenk dargelassen. Deine Mia. Ja. Wow. Die geht mit ihrem Partner in den Regenwald, um dort irgendwas zu erforschen. Bei den Eingeborenen oder sonstiges. Und verpisst sich dann abends alleine dorthin. Und lässt dann einfach nur, während wir schlafen, Notiz da. Und wir sollen uns dann bei ihr melden. Das läuft doch darauf hundertpro hinaus, dass die Alten von denen gefangen genommen wird und wir dahin rennen müssen, um die zu retten. Oder hundertpro. Hallo, Mia. Hey, sleepyhead. Endlich hoch. Wo bist du? Ich sollte das Stadt kurz ankommen. Ja. Jetzt geht's das. Du hast mich gegrattet. Und das ist alles in den Regenwald. Ich habe es gegrattet. Das ist die Decke. Ja. Und das ist alles in den Tag. Ich verstehe. Aber was sowas mit dem Tote? Wow, wir bekommen eine Uhr. Toll. Sieht so scheiße aus. Tell me about it. Schaue auf die Uhr. Ach, wähle mit dem Mausrad. Was? Gegenstand über die Wunde ziehen. Hä? Schaue auf die Uhr. Halte F gedrückt, um auf deine Smartwatch zu schauen und den Grundbedürfnis zu überprüfen. F. Ja, wir sehen jetzt hier Wasser, Fett, Protein und Kohlenhydrate. Und das heißt, da sehen wir halt, ob wir was essen müssen. Und ich esse jetzt einfach mal... Ach, da steht ja auch. Finde etwas Nahrhaftes und iss es. Okay, essen. Essen. Okay, wie sieht's aus? Fette und Kohlenhydrate. Okay. Äh, sind das überhaupt Fette? Warte mal, wo war denn das nochmal? Hier. Ja, fette Nüsse. Die beste Fettquelle sind Nüsse. Und Eiweißfleisch. Ja. Wie soll ich denn hier ein Feuer machen, wenn's regnet? Und ich hab jetzt gerade gesehen... Ähm... Hier hängen neue Zettel. Schädelkrieger. Gestern sind am Ufer seltsam gemalte Krieger aufgetaucht, als wir vorbeifuhren. Wer sind sie? Unsere Freunde, die Yabahuaka, scheinen nicht über sie reden zu wollen. Okay, das fängt ja schon mal gut an. Weiter geht's. Das... Der verschollene Stamm... Ne, das hatten wir schon. Das hier hatten wir noch nicht. Jaguar. Jaguar. Die größten Katzen der amerikanischen Kontinente. Sie haben stärkere Kiefer als Löwen und können mühelos den Schädel ihrer Beute knacken. Sie jagen sowohl im Wald als auch am Wasser. Im Wasser. Man ist nirgends sicher. Ein Stammeskrieger ist heute Nacht auf einen Jaguar gestoßen. Er kann von Glück reden, dass er noch lebt. Ja, nice. Da wissen wir schon mal, worauf wir uns freuen können. Und da oben hängt noch einer, aber den kann ich irgendwie nicht lesen. Ja, super. Warum der die Machete da immer auf einen anderen Slop packt. Ja. Ach guck mal, wir können die Müsli-Riegel nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Können wir die auch essen? Protein-Riegel. Wo ist der? Proteine. Ja.